Liebefreudig ist euer Steinmal. Zurück in London. Wir haben zuletzt die große Streitmacht der Chiyokis hier unten besiegt, die letzte Provinz dort erobert. Und jetzt ist der Plan, dass wir uns erstmal von den Irokesen und Pueblos abwenden und uns den schwedischen Mutterland zuwenden werden mit unserer nun sehr, sehr erfahrenen Streitmacht. Aber die muss ich erstmal erholen. Wir erkunden aber hier mal die weiteren Wüsten. Hier haben wir offenbar Kupfer noch gefunden. Okay. Was haben wir denn hier noch für Hügelland? Hier ist noch was unerkundet. So, und hier wollten wir genau noch auf Ambaland anschließen. Das machen wir dann auch. Und hier war der Plan, eine weitere Festung zu bauen, ein weiteres Vor. So, kostet uns 3,3. Wir haben 15,15. Das ist sehr in Ordnung. Gut. Hier soll die Straße weitergebaut werden, durch den Wald. Und hier sind die nächsten Gewürze angeschlossen. Und jetzt ist die Frage... Ach so, hier ist ja auch noch ein Zuckerfeld. Ich würde mal sagen, wir machen dann tatsächlich mit dem Zucker hier weiter. Der Zucker ist auch schon wieder fertig. Tja. Dann schließen wir... Dann entwickeln wir den doch. Und dann ist bald nicht mehr so viel Zucker über. Okay. Wir haben eine Einheit verloren. Der Rest ist sehr, sehr angeschlagen. Aber ich denke, wir bringen sie jetzt mal schon zurück nach London. Und dann können sie sich dort ausruhen und von dort aus planen, wenn wir dann den Angriff auf Schweden. So weit, so gut. Mehr gibt es erstmal nicht zu tun. Wir gucken hier allerdings. Wir haben nämlich... Oh ja. Wir haben jetzt weitere Gewürze zu transportieren. Da gehen wir dann mal vom Erz wieder auf 8 und hier runter. Wir haben auch weiteren Zucker zu transportieren. Sehe ich gerade. Weitere zwei Zuckereinheiten. Das soll jetzt schon wieder überlegt sein, was wir da machen. Ach so, beim Fisch haben wir ja noch Potenzial. Oh ja. Sogar viel. So, sehr gut. So lassen wir das. 10, 8, völlig in Ordnung. So, das heißt, wir können dann auch schon beim nächsten Mal schon wieder in die nächste Ausbildungsstufe beginnen. Wow, wir haben nur noch 6 Landarbeiter. Wir kriegen möglicherweise fast alle auf Lehrlinge mit unseren großen Zuckervorräten. Das ist sehr befriedigend. Sehr gut. So, Papier müssen wir weitermachen. Ich denke, das ist alles soweit in Ordnung. 9, 15, 12. Ja, 4 Holz lassen wir mal dabei. Das ist schon gut. Okay. Auch hier bleibt alles beim Alten. Bei der Forschung haben wir neue Möglichkeiten. Gucken wir mal, ob irgendjemand anderes was tut. Ausgebildete Geselle. Wie lange brauchen wir dafür eigentlich noch zwei Züge? Da spionieren wir. Warum geben wir da eigentlich noch Geld aus? Das machen wir nicht mehr. Hier spionieren wir auch. Da brauchen wir auch kein Geld ausgeben. Das hatte ich echt vergessen. So, dann heißt es, wir müssen selbst uns hier noch mal was heraussuchen. Kupferkohle, Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak. Das brauchen wir eigentlich nicht ganz so dringend. Gold haben wir leider nicht. Moderne Festungsanlagen wäre vielleicht was. Könnten wir die Heimat sicher machen. Ist allerdings auch sehr, sehr teuer. Was ist eigentlich das hier? Propaganda Stufe 2 Diplomatie. Durch Propaganda verringert sich die diplomatische Daktion. Die verringert werden in unserem Imperium den Krieg erklärt. Das ist natürlich gut. Gerade wenn wir jetzt den Schweden den Krieg erklären wollen. Zwölf Züge dauert das allerdings. Ist ziemlich teuer. Ich weiß nicht, ob wir so lange warten. Hm. Ich glaube, das nehmen wir mal wieder raus. Wir machen folgendes. Wir werden, glaube ich, die schwere Artillerie in den Forst weiterentwickeln. Das heißt dann, die gesamte Stellungsartillerie in den Festungen wird eine Stufe besser. Und das ist schon ziemlich mächtig. Investieren wir mal da. Das ist gut. Okay. Den Rest hatten wir, glaube ich, jetzt alles eingestellt. Dann geht es weiter. Gewürze. Frankreich übernimmt was. Jetzt habe ich wiederum das Gefühl, dass Holland langsam einknickt. Eieiei. Wird Zeit, dass wir auch was unternehmen. Und wir haben ja die Stufe 2 Edelsteine. Die habe ich ganz vergessen. Die müssen wir jetzt vorantreiben. Stimmt. Oh mein Gott. Das müssen wir jetzt unbedingt tun. Wartet mal. Da werde ich jetzt nicht erkunden. Wir gehen mal hier ins Hügelland. Und du. Hm. Wartet mal. Gebirge ist noch irgendwo unerkundet. Okay. Hier. Dann machen wir das. So. Die Straße ist noch nicht gebaut. Und wir gehen mal hier über die Stadt. Das geht genauso schnell wie über den Sumpf. Obwohl wir sparen eigentlich Geld. Und hier werden wir sowieso nicht vier Endprodukte so schnell hinkriegen. Dann gehen wir doch über den Sumpf. So. Die Armee ist angekommen. Geht erstmal hier in Verteidigungsstellung würde ich sagen. Ja. Und beim nächsten Mal. Wenn jetzt ein Baumeister wieder frei ist. Dann werden wir natürlich die Diamanten aufrüsten. Das ist selbstverständlich. So. 18 Mal Zuckerrohr wird transportiert. 12 Mal. Hier brauchen wir diesmal nichts verändern. Wir haben aber 6 Handel. Wo sind wir denn am knappsten in den Ressourcen? Holz 33. Das sieht ja schon ganz gut aus. Erz 31. Ja. Kupfer. Wisst ihr was? Ich glaube. Wir sollten vielleicht auch mal hier unsere Kupferminen entweder anschließen. Ich glaube das ist sogar am billigsten. Wir haben ja jetzt Kupfer mehrfach hier gefunden. Hier ist Kupfer. Da ist Kupfer. Da ist auch Kupfer. Das brauchen wir einfach nur. Oh Mann. Dann könnten wir auch unsere Bronzeproduktion langsam erhöhen. Das wäre auch ganz gut. Na gut. Das war jetzt nicht die Frage. Die Frage ist. Was transportieren wir jetzt mehr rüber? Ich würde sagen lieber Fisch. Das ist fast noch wichtiger. Im Notfall. Dass wir da eine Reserve haben. Gut. Das gefällt mir weiterhin. Dann ziehen wir das weiter durch. Okay. Holland kriegt es nicht hin gegen die Franzosen. Und wir verdienen hier eine ordentliche Stange Geld. So. Jetzt haben wir die Hutproduktion. Dieser Fortschritt erlaubt die Herstellung von Hüten aus Fällen. In jedem Zug wird dieser Luxusartikel von den Handwerksmeistern konsumiert. Ja. Soweit sind wir lange noch nicht. Oh. Und hier ist sogar Kupfer. Mann. Mann. Direkt am Hafen. Das ist ja hervorragend. Hier scheint wirklich noch nicht richtig erkundet worden zu sein. So. Die Stadt ist erstmal angeschlossen. Wie machen wir denn jetzt hier weiter? Mit unseren Straßen haben wir noch eine Kohle. Die Kohle, die können wir auch ausbauen. Wir wollten hier unten noch dahin gehen, um den Zucker anzuschließen. Deswegen gehen wir hier mal über Richmond. Hier ist das vorgebaut worden. Ich baue mal weiter Forts. Ich denke, als nächstes wird hier oben gebaut. Mohawk. Auch eine sehr wichtige Provinz. Und jetzt wollen wir erstmal die Diamantenproduktion weiter vorantreiben. Jawohl. Gut. Hier ist der Zucker ausgebaut. Sehr schön. Wo machen wir dann weiter? Vielleicht fangen wir doch mal an mit dem Tabak und den Zigarren. Wie steht es um unsere Armee? Wie weit sind die ausgeheilt? Dauert vermutlich noch ein Weilchen. Oh ja. Noch lange nicht einsatzbereit. Okay. Dann bitte in Verteidigung. Dann gucken wir hier mal rum. Hat sich was verändert? Ja. Einen Zucker könnten wir theoretisch transportieren. Mache ich aber im Moment noch nicht. Mehr will ich hier umwendig tun. Aber wir können hier... Oh. Wieso ist das denn möglich? Achso. Weil wir jetzt schon die nächste Stufe erreicht haben. Okay. Wo ziehen wir was ab? Wir werden mal hier wieder verrückt übergehend beim Textil was abziehen. Und... Müssen nochmal was abziehen. Ich denke, das werden wir... Wo haben wir am meisten? Tatsächlich bei der Bronze. Dann werden wir ausnahmsweise nur mal eine Bronze herstellen. Und dann ist es nämlich schon wieder soweit. Wir werden... Die nächste Einheit ausbilden. Jawohl. Gut. Das lohnt sich richtig für unsere Produktivkräfte. Hervorragend. Und wir haben schon wieder die nächste Entscheidung für Forschung. Ey, wir müssen echt der Zeit sehr weit voraus sein. Weil hier nichts zu spionieren ist. Wo machen wir weiter? Was ist sinnvoll? Ich würde fast sagen, dann in... Kampftechnik. 300 Kaliverträger. Vielleicht machen wir die mal. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich Geld bezahlen, um hier voranzukommen. Aber das ist okay. Wir können es uns das auch leisten. Kein Thema. Gut, weiter geht's. So, die Vorländer verteidigen sich tatsächlich. 1700. Sehr gut. So, und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, jetzt Gesellen auszubilden. Das heißt, jetzt erst lohnt sich die ganze Sache mit den Zigarren. Diese Technologie erlaubt die Ausbildung von Gesellen, die sechsmal so viel Arbeit leisten, wie ein ungelernter Landarbeiter. Ein Geselle raucht bei jedem Zug eine Zigarre. Und raucht er dann auch nur ein Zug? Das ist die große Frage. Haha. So, was haben wir hier noch gefunden? Kohle. Hier wollten wir den Weg dort oben hinschlagen. Und du solltest hier eine Festung bauen. Sehr gut. Okay. Wir sind hier angekommen. Wo? Oh, schaut mal. Hier ist sogar noch eine Zuckerproduktion, die wir nicht ausgebaut haben. Meine Herren, hier haben wir ja echt noch was verpasst. So, wo bauen wir weiter Straßen hin? Shioke hat selber einen Hafen. Da brauchen wir eigentlich keine weitere Straße bauen. Wir können von hier aus allerdings mal hier weitermachen, um dieses Kupfer hier möglicherweise anzuschließen. Und hier hinten, dieses Gebiet. Da könnten wir allerdings auch einen Hafen bauen. Das wäre auch möglich. Ist vielleicht sogar praktischer. Wobei, wenn wir das erobern, haben wir hier einen Hafen. Aber egal. Ich baue hier einen Hafen hin. Sehr schön. Da haben wir dann auch neue Gewürze, die wir da anschließen können. Gut. Das wäre dann erstmal das. Wir gucken jetzt immer aufmerksam hin, wie sich die Armee entwickelt. Na, ich würde mal sagen, zwei Runden müssen wir vermutlich noch warten. In der nächsten Runde werde ich noch mal eine neue Einheit rekrutieren, denke ich. So, hier was Neues dazu kommen. Ja, Zucker. Wir müssen wieder umdisponieren. Ich denke, wir nehmen jetzt hier zweimal Fisch runter. Dann sind wir bei 19. Und zweimal Zucker hoch. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich demnächst mal wieder ein neues Schimpf. Wer hätte das gedacht? So, gut. Okay. Gesellen können wir noch nicht, weil wir noch keinen Tabak haben. Aber wir haben jetzt sowieso eine Arbeitskraft über. Insofern frage ich mich, ob wir das direkt jetzt machen mit dem Schiff. Dann wird aber tatsächlich sogar mal das Bauholz knapp. Da müssen wir jetzt mal einen kleinen Schwerpunkt drauflegen. Aber wir ziehen das jetzt durch mit dem Schiff. So, das heißt, wir gehen mal hier ein bisschen runter. Vom Eisen. Das ist sonst zu ungleichgewichtig. Und ziehen hier... Wir müssen hier das Zucker hochziehen jetzt. Das heißt, wir können jetzt schon... Wartet mal. Tatsächlich 10. Wir bekommen einen noch 11. Das heißt, wir können jetzt schon auch die Ausbildung hinkriegen. Okay. Oh, und wir brauchen ganz viel Papier, um einen Lehrling zum Gesellen zu machen. Sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen durchaus die Papierproduktion hochhalten. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Wir brauchen vor allem Holz jetzt auch. Gut. 10 mal Zucker. Sehr schön. 11 mal Zucker insgesamt eigentlich. Wunderbar. Auch hier lassen wir das so. Und auch hier ist schon die nächste Technologie erforscht worden. Mann, 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 Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt sogar mal eine Billig-Technologie einfach, weil es nur 100 kostet, jetzt mehr reinnehmen. Damit wir den Slot nicht verschwenden, aber nicht so viel Geld ausgeben. Das finde ich, glaube ich, ganz in Ordnung. So, weiter geht's. Gewürze. Frankreich. Oh, schaut mal. Das erste Mal, glaube ich, dass hier eine Provinz der Holländer sich anständig verteidigen kann. Die Verteidiger halten. Die Holländer halten Groningen. Der Krieg geht noch nicht vorbei. Wir haben ein neues Schiff. Eine neue Gallerone. Sehr gut. Hier ist allerdings nichts Neues gefunden worden. Wir machen trotzdem munter weiter. Hier ebenfalls. So, wir wollten hier hin. Und hier sollte ein Hafen gebaut werden. Okay. Du hast hier jetzt die Diamanten ausgebaut. Dann machen wir weiter hier mit den Edelsteinen. Aber das scheint nicht zu gehen. Ist das noch eine Extra-Technologie? Gut möglich. Das soll uns nicht weiter stören. Wir werden dann weitermachen mit dem Tabak-Anbau. Hier seid ihr schon sogar zu weit. Dann machen wir hier nochmal mit dem Zucker weiter. Hervorragend. Und das Schiff kommt in die Flotte rein. So, jetzt können wir wieder ein bisschen was nach Hause bringen. Ja, die zweiten Diamanten. Wieder 400 mehr. Sehr gut. 1918. Das ist absolut in Ordnung. Hier kommt der erste Tabak. Den bringen wir, glaube ich, auch schon mal rüber. Und... Tja, was machen wir mit dem Rest? Eins, zwei. Eins, zwei. So. 47 Arbeitskraft. Bevor ich das einteile. Ich werde allerdings noch eine neue Einheit rekrutieren. Ich glaube... Wir haben jetzt, glaube ich, drei Kanonen. Hatten wir drei Kanonen? Ich muss jetzt mal einfach mal gucken. Ich glaube, das war so. Ja, drei Kanonen. Ich glaube, ich werde noch mal ein Musketier... ...ein dritten Musketier gewissermaßen... ...dazuholen. Den können wir, glaube ich, dann ganz gut noch beim Angriff gegen Schweden gebrauchen. So. Wie machen wir weiter? Fünf Papier. Da gehen wir ein bisschen runter. Auf zwei, denke ich. Kein Holz. Das ist schlecht. Und acht Gusseisen. Machen wir das mal so. Okay. Gut. Das bleibt beim Alten. Technologisch haben wir das berücksichtigt. Gut. Dann kann es weitergehen. Äh. Ja. Die wollen Frieden. Und wir wollen kein Frieden. Wir brauchen auch gar nicht nachgucken, was die Portugiesen wollen. Interessiert uns nicht. Denn wir wollen das... Wir wollen ja gerade jetzt Schweden angreifen. So. Hier halten die Franzosen. Und hier halten ebenfalls die Franzosen. Keine Chance für die Holländer. Langsam neigt sich das doch deutlich in Richtung Franzosen zu. Und unsere Einnahmen steigen. Die Diamanteneinnahmen. Sehr schön. Und wir haben einen neuen General infolge der Vergrößerung der Armee. Das ist ja perfekt. Gerade jetzt für den Angriff auf Schweden kommt das genau richtig. Ähm. Ein Regiment Musketiere und es wird gesagt, dass die Armee schwach ist. Wir haben hier nochmal Kohle gefunden. Aber das ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Liebe Leute. Wir sind an einem schönen Punkt angekommen. An dem man jetzt beruhigt erstmal die Staffel beenden kann. Nämlich die Vorbereitung für den Angriff auf Schweden sind jetzt erstmal weitestgehend abgeschlossen. Wir müssen natürlich noch einen Landepunkt machen. Das habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren. Aber eine Runde hätte ich jetzt sowieso noch hier ausgeharrt zur weiteren Regeneration. Was wir wie immer uns am Schluss anschauen ist, wie sieht der Stand der Dinge hier aus beim Status. So, die allgemeine Ergangsordnung. England schiebt sich immer weiter nach vorne vor Frankreich. Also hier ein klares Duell. Innenpolitisch ist Frankreich vorne, wir vor Portugal. Außenpolitisch sind wir inzwischen nach vorne gerückt. Vor den Spaniern. Okay, das heißt diplomatisch scheinen wir bei den kleinen Nationen Boden gut zu machen. Und die militärische Stärke. Da wird uns erzählt, die ist immer doppelt so schwach wie die Franzosen. Ich vermute, dass hier vor allem die Flotten stärker jetzt eine Rolle spielt. Von der Armee werden die Franzosen auch deutlich stärker sein. Die Handelsmarine hat inzwischen die portugiesische übertrumpft. Die schwedische ist völlig vernichtet durch uns. Die Übersee-Exporte steigen an. Die Industrie ist stark, stärker als die französische. Die Arbeitskräfte ebenfalls. Da haben wir jetzt durch den Zucker ordentlich Boden gut gemacht. Ja, und der technische Fortschritt, das hatte ich ja schon gesehen. Da sind wir vorne mit bei, weil wir kaum noch spionieren können. Insofern kann man erstmal ganz positives Zwischenresümee ziehen. Und beruhigt jetzt in die Staffelpause gehen. Und dann freue ich mich wirklich schon auf die nächste Staffel. Denn das wird eine neue Erfahrung werden. Wir werden einen ersten Europäischen Krieg führen. Also, seid dann wieder dabei. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Euer Steinbein. Da sind die Hauptschrussche, das immer noch nicht geschält. Ich hoffe, dass wir heute das nicht vloggen turnen können. Ich hol mich drauf. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020